Hallihallöchen und herzlich willkommen nach einer sehr, sehr, sehr langen Zeit mal wieder. Du hast einen sehr vergessen. Sehr lange Zeit. Tun besser. Zu einem Let's Play von mir, Mr. CrazyJob1994. Ich hier, ja, jetzt mit Silent Hill 2 und Night, ich möchte das nicht nochmal hören. Dankeschön. Habe ich eben schon, nämlich Silent Hill 2 in dem Directors Cut. Wir haben natürlich keine Mühe und Kosten gescheuert. Egal. Ich bin aber nicht alleine. Nebenbei habe ich hier noch einen kleinen Gast dabei. Nämlich den Hörnama. Bye. Wollte ich mal sagen, ich spiele los. Wir haben natürlich Hauptgenario und wir sind ja nicht. Normal und normal. Wir sind ja keine Anfänger, wir sind noch nicht leicht zu haben, aber zu schwer ist mir zu schwer. Also mache ich normal und rätseln. Normal. Falt. Normal, ja? Du musst ja ein bisschen nachdenken, solltest du schon. Ist ja normal, ne? Du bist ja nicht. Schlicht. Ich glaube, die Nase ist gebrochen. Wir können auch jedes Intro versauen. Nee, das Spiel ist ein bisschen schwer zu versauen. Allein, allgemein ist das irgendwie so. Oh, ich habe nicht Kontrolle, nur nicht. Schade. Aber gleich. Ja, komm. Sequenz. Mach hier nicht. Wir haben nicht so viel Zeit. Ja. Okay, vielleicht dort. Mary. Können Sie wirklich in dieser Stadt sein? Vielleicht. Ach, dann haben wir die Kontrolle. Können wir drücken vorwärts und drücken. Spiegel, vor, zurück. Vor, zurück. Links, rechts, rechts. Leute, Leute, das müsst ihr euch mal geben. Eine Spiegel, der Spiegel aus dem Jahre 2000. Oh, yeah. COD kriegt das nicht hin. Nee. Erstmal die Besenkammer verschwinden. Gehst da hinten. Okay. Achso, du bist einfach nur nichts. Das Bild da rechts. Und warum der Weihnachtssong ganz einfach. Wir haben heute den 24. Dezember. Weihnachtssong? 10 vor 6. Ich bin ein Weihnachtssong. Nö, 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 nö. Zinda. In my restless dreams. I see that town. Silent Hill. Still not back. You promised you'd take me there again someday. But you never did. Ich habe keine Ahnung, was Konami macht, wie soll es mit mir machen? Oh nein. Das ist doch einfach die Musik ausstellen. Ja, hätte ich machen können, aber jetzt bin ich gerade nicht irgendwie nö, weil ich habe keine Kontrolle hier und das bin alles. Whatever. Ich hoffe sowieso, dass der Sound irgendwie im Allgemeinen passt. Nö, ich bin sorry. Vielleicht nächste Mal. Ich weiß nicht. Es wird ein bisschen schneller, wenn es geht. Ich habe Angst. Ich muss nicht. Ja, okay. Diese ganze Stadt war unser spezielles Ort. Sie bedeutet, das Park auf dem Berg? Vielleicht. Ja. 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 Also in der處. Ja. Jetzt kann dich weiter Tag haben. Ich fels. Heute habe ich tatsächlich Musik gar nicht mehr, das was ich verhindert. Ja, sehr gut. Ich mach's ja schon wieder lauter. Braves Wolfie, nein. Gutschhalter. Du Gutschhalter hier. So! Wo sind wir hier? Hallo Auto! Auf bisschen du, keine Ahnung. Da hab ich nichts. Ja, läuft doch noch ein Weilchen da. Immer so, er spielt auf dem PC mit Tastatur. Ja. Das ist ein bisschen geschissen. Aber auch nur weil das stupid Gamepad nicht wollte machen, tun, was ich wollte. Hallo Map. What can you tell me? Wo muss ich denn wohl hin? Bestimmt nicht da, wo's rot unterstrichen ist. Silent Hill. Ja, das ist die Karte. Da, geh mal da links, du musst nach da. Ich frage einfach dieser Straße. Ja. Ui. Renn du Sau. Oder renn aber schön schnell. Oh, na duper. Versperrt. Guck mal da, die haben sich da oben dran gehalten. Bei Silent Hill 1 sagte ja, ähm, die Polizistin. Ähm, ja, wir sind in Brams, der nächsten Stadt. Und hier haben die da gesagt, da ist Bram. Geil. Muss so. Oh, na toll, ey. Kann ich wenigstens wieder an dem Band irgendwas machen noch? Nein. Na super. Das ist irgendwie Toluca Lake. Ah, ich will ja... Yeah. Irgendwie möchte ich nicht da runter, aber irgendwie... Das ist der Anfang. Das ist nicht so schlimm. Ah, okay, ich bin jetzt genau da, okay. Ich weiß noch, da war mein Freund Clean Solid bei mir. Ja, ich nenne ihn jetzt so. Äh, und... Ich hab den halt auch total scharf auf das Spiel gemacht. Wer hat dir das auch so gespielt, das erste Ding? Und der hat auch schon Panik bekommen. Naja. Mal gucken, wie's mit Crazy aussieht. Oh mein goodness. Nach dem Spiel hat man nicht mehr Angst. Ich hab beim letzten Mal anspielen schon hier komische Geräusche gehört, als ich hier runtergeladet bin. Äh, 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 äh... Nein, Spaß. Nee, 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 nee. Wenn du am Rennen bleibst, dann wird dir nicht veratmen. Oh, such Kamera. Da, schon wieder die komischen Geräusche. Ich höre sie jetzt schon wieder. Sie gefallen mir nicht. Hallo, Brunnen. Was bist du denn? Was hast du denn da so bei dir? Wie geht's, was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das mit dem Brunnen? Was ist das? Wenn ich mir das ansehe, ist das als würde jemand in meinem Schädel herumtasten. Äh, äh... Wer weiß dann, wie es sich anfühlt, in einem Schädel herumzutasten? Ja, wahrscheinlich wird noch gemeint, dass man so... Ja. Das gibt mir ein standardbares Gefühl. Ja, aber dieses rote Papier da unten, das ist so ein... Oh, ein bisschen tot, ne? Nein, Spaß. Menstruations-Taschentuch. Jetzt siehst du das mit dem freien Speicher, ne? Mhm. Ich hab so viel freien Speicher, meine Freunde. Ja, ja. Ja. Awesome, ne? Richtig. Richtig. Wir haben jetzt schon vier Minuten. Wow. Wow. So krass, wie die Zeit vergeht. Kommt man in echt Panik. Jetzt wollte ich schon gerade sagen, hier komme ich nicht durch. Doch. Tada. Ich hätte gerne eine fokussiertere Kamera. Dankeschön. Halt da lang. So ist brav. Ja, das ist ein bisschen Gewinnungsbedürftig, die Steuern. Ja, das ist ein bisschen Gewinnungsbedürftig, die Steuern. Seriously? Oh nein. Was denn? Ich gehe einfach in die Richtung. Ah, da ist jemand im Kopf. Boah. Ich dachte gerade. Oh, die Lücheln. Yo. Können Sie mir zuverlässig helfen? Guck dir jetzt nicht den stummen Stein nochmal an. Hi. Entschuldigung, ich... Oh, ich... Oh, ich... Ich bin sorry. Ich... Ich... Ich war... Es ist okay. Ich wollte dich nicht schrauben. Ich bin ein bisschen verloren. Ich bin ein bisschen verloren. Wohin? Ja. Ja. Ich bin für eine Silent Hill. Ist das die richtige Weg? Um... Ja. Es ist schwer zu sehen, mit diesem Fog. Aber... Es gibt nur eine Straße. Du kannst ihn nicht missen. Danke. Aber... Ja? Ich glaube, dass du besser weg bist. Diese... Diese Stadt... Es ist etwas falsch. Es ist schwer zu erklären, aber... Es ist... Es ist gefährlich? Vielleicht... Und es ist nicht nur die Fog... Es ist... Okay. Ich verstehe. Ich werde mich aufhören. Ich bin nicht lieb. Nein. Ich glaube dir. Es ist einfach... Ich glaube, dass ich wirklich nicht interessiere, ob es gefährlich ist oder nicht. Ich gehe in die Stadt. Aber warum? Ich schaue... Ich schaue... jemanden. Wer... Wer... Wer ist das? Jemand... sehr wichtig für mich. Hä? Ich mache alles, wenn ich wieder mit ihr bin. Ich auch. Ich schaue meine Mutter. Ich meine Mutter. Es ist so lange, seit ich sie gesehen habe. Ich dachte, dass mein Vater und mein Bruder hier wären, aber... Ich kann sie auch nicht finden. Ich kann sie auch nicht finden. Ich... Entschuldigung. Es ist nicht dein Problem. Nein. Ich... Ich hoffe, dass du sie findest. Ja. Du auch. Nein. Es war die andere Richtung. Da wolltest du aber lang gehen. Nein, nein, nein. Nein, nein. Nein, nein. Oder Maps? Was sagst du? Ja, Maps sagt richtig. Ja, du sagst nein. Und ich muss gleich niesen, glaube ich. Oh, 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 oh. Ich möchte... Okay, doch nicht. Pfff. Boah. Ich brech's da ein. Okay, ich brech nicht da ein. No. Ich brech durch den Kamin ein. Du bist der Sente, glaube ich. Hau, 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 hau. Hau, 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 hau. Hau, 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 hau. Warte, da ist der Ausgang, guck mal. Hau, hau, hau. Ich bin der Obdachlosen, der durch deinen Zonenstein kommt. Und der alle Sachen klaut. Hau, hau, hau. Ich bin der Obdachlosen, der durch deinen Zonenstein... ...und der alle Sachen klaut. Ja. Baaah. Ich bin ein bisschen... ...scared. Was zum... ...dich stehen bleiben. Boah, hau, hau, hau. Ich spiel mit Mitchell Creeps, alter. Ja, startet ja perfekt, ne? Sch. Schein. Und tue ich mir so'n Scheiß überhaupt an? Weil die ist die Befehle.